Bedienung des Ofens. Manchmal kann es passieren, dass wenn der Ofen nicht richtig durchzieht, dass er qualmt und nicht richtig wärmt. Dann kann man hier unten die Klappe aufmachen. Ich mach mal hier das nochmal im Nightshot. Hier die Klappe aufmachen und dann zieht er von unten Luft und fängt sofort wieder Feuer an. Dann kann man natürlich auch noch ein bisschen den Bunsenbrenner erfeuern, der natürlich noch leer ist. Man sieht, jetzt brennt das. Jetzt brennt das. Machen wir noch ein paar Sekunden. Dann können wir die Klappe wieder zu machen. So, jetzt mach ich die Klappe wieder zu.